Hallo Leute, jetzt kommt es auch noch ein Video, wo ich mir noch ein bisschen glück auf glück Bruder, ich bin ein bisschen krank, das ist so, das Video, also ich mache jetzt eine neue Ach Digga, wie heisst ich, Scheiße Ich mache eine neue Playlist Road to No Rush oder so, keine Ahnung wie die heißen wird Ist mir eigentlich auch vollkommen wurscht Ja Digga, ihr seht auf jeden Fall Digga, das ist Bruder Oh! Rushed the new Onkel Und ja, deswegen wird das die erste Folge, wir haben jetzt eine Million Gold und 600 Bruder Ich rede wie so ein kleines Kind, Alter Ja Ich würde sagen, was habe ich denn so 10 Cockrider Boah, mache ich einfach die, ist mir egal Ausdunkel, hier raus Auch wenn ich 16.000 hab Ich rede grad mein dunkles Off-Level 4 ab Hier im Burschitz in Thoma Off-Level 8 Mario Thoma Off-Level 3 Ähm Ja Ich würde sagen Wir sehen uns gleich wieder Moin, hallo Lolei Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Truppen fertig sind Bis gleich Leute, Clan-Krieg Gucken wir uns doch lieber an Okay, Drachen Gilt den Drachen hier auf jeden Fall gut? Digga Der Müllwerfer, der wird jetzt Ja okay, der Drachen Drei Minenwerfer Zwei Siebener Oh Oh, mit Clan Der Typ hat nur 70 Dunkle Ist schon belastend Ich war jetzt Rage drauf, Digga Hockrider Ach Digga, Nisi Nisi, war das auch wieder komplett mit dir Du wirst doch stört, ich sag's dir, oder? Ja Ja, ich glaub der Ich glaub das war's Hier hat er ja auch noch Ich glaub Ich Naaaah Doch, das ist ein C-Vonard Hockrider wird wahrscheinlich jetzt auch noch die Dings kriegen Kanone Ja Ich glaub das Fick uns an Aber ein bisschen leiser Okay So, da sehen wir uns gleich So Ja Hier haben wir jetzt auch noch Glockentum Machen wir hier mal ein paar an Gryphe Hey Was können wir hier? Was können wir hier? Wenn da jetzt irgendwo eine fette Bumbe ist, die ganze wäre so was ungefällig Ja, Digga Das geht auf jeden Fall Boah Also wenn er keine gute, ähm, guten Dings hat Keine guten Digga, wer ist die Scheiße? Keine guten Truppen Dann wird das hier nicht lange dauern, Digga Aber so Ja, Digga Die, die Flugmaschine Die Flugmaschine Boah, Digga Die Scheißmaschine hat ein bisschen getankt 33, 36 Hm, ne, kriegen sie nicht mehr Okay, 36% Boah, ich hätte lieber von hier unten angreifen sollen, Scheiße Ja 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 Ja, das ist jetzt noch kochen, ich kann boah Beem Krank Bekablos, Beem Ah, hier warst du an? Ne, ich habe hier keine Ahnung Danke Ehh Oh, die kämpft immer noch Wenn wir nicht reinkommen, ist es vorbei Guck, ob ich da gesagt habe, man hat gewonnen, Scheiße Di, 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 di Guck Guck Hm Gut Und da jetzt irgendwo ein Riesenfall ist, ich bin gefickt Nein, 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 nein Oh, Scheiße, Alter Der verfickte Mörsejunge Geh mir nicht auf den Sack Und 30%, komm 40%, komm 50%, komm Komm, Digga, mach Ehrenhof Nein Ja, Digga, ja, Mann Ja, Digga, ja, Mann Boah, Jo, ja, die muss ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Habe ich schon mal gegriffen Digga Digga Okay, er kämpft immer noch 1%, wie ich mich verarschen Oh, ja Oh, yeah Oh, yeah Da ist ja, ja, dann ist das Das ist ja, dann, wenn ich mal aus dem Sack oder die die oder die oder die oder die oder die Juck, das war's. Komm, 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 komm. Ja. Bruder, das ist gut. Komm, 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 komm. Ja. Schön. Schön. Schönes Spiel. Der geht mir kein Flemmer noch an, wahrscheinlich. Ja. Das tut aber noch zwei Stunden. Nö. Oh, ich hab' ich verloren, Alter. Ich will kotzen. So. Die Aufgabe, die hab' ich ja schon, Digga. Joder. Irgendwie sind wir auch immer in der unteren Liga, Alter. Echt zum Kotzen. Und ich bin nicht dran. Wer ich dran, will ich jetzt hier rasieren. Kapper. Gucken wir uns die mal an. Ja, okay, Digga, die... Ist das eine Flagge? Brüllen. Mann. Och, Digga. Geht eigentlich auch nicht an der Scheiße aus. Was ist das? Boah, ey, ich hab' die Scheiße. Jetzt weiß ich was. 18 Minuten. Äh, das ist meine Stimme. Hallo. Gut, dann machen wir keinen Angriff. Gut, dann bis gleich. So, Leute. Das hat zwar nicht wirklich... Ja. Gute Base, aber... Ja, nicht wirklich gut Loot. Aber ich brauch' den Stern. Damit ich meine... Ähm... Na, wie heißt die... Scheißelahne. Damit ich mit dem Loot krieg. Wohl 400k von allem. Natürlich auch nur Dark Alex. Und was hat er... Nein, wir können nicht überall Handlaan. Ach, Digga, die Luftabwehr, die macht ja noch wachsen, Alter. Scheiße, Digga, ich krieg keinen 100%. Was ist das denn, Alter? Nur wegen der Luftabwehr, weil die so gut platziert waren. Das war, sagen wir mal wieder, echt komplett. Okay, Digga, aber der Pekka, der hat noch full life. Aber nur, weil da jetzt Elixier, äh, äh, Digga, kleine Skelette sind. Riesenbombe, nein! Na ja, boah, ich hatte dafür die Level 6er Mauer, boah, der ist so lange, Alter, echt. Oh, die Queen lebt ja noch. Hab ich gar nicht gesehen, Alter. Echt, hab ich nicht gesehen. Der Queen, die macht grad gute Arbeit. Läuft mal gut. Oder? Hol ich noch? Hol ich noch 3 Sterne? Weil der Pekka, der tankt grad schön. Och, Digga, nein, läuft doch nie mit rein. Digga, wir holen noch 100%. Oh, Digga, ich hab noch keinen einzigen, äh, doch hier. Oh, Digga, hab ich Tesla gesehen. Ich glaub, das hier war ein Tesla, glaub ich. Kann man sagen, ist mir egal. Schuft, dass es einfach keine Bomben oder so. Okay. Perfekt. Oh. So. So, wo ich noch meinen Loot ab und dann soll's das auch schon mit dieser nächsten Folge Road to No Rush gewesen sein. Auch wenn's sich vielleicht scheiße anhört. Keine Ahnung, ob man das überhaupt so spricht. Ist mir vollkommen egal. Lol. Ähm, ja. Wir sehen uns dann, denk ich mal, in der nächsten Folge wieder von Clash of Clans. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.